Hallo und herzlich Willkommen bei der D-Schule. Heute erkläre ich euch die Zeitumstellung und wie die Uhren richtig umgestellt werden. Die Uhr so umstellen ist falsch. Beim Wechsel von der Sommerzeit auf die sogenannte Winterzeit oder Normalzeit werden die Uhren in der Nacht von 3 auf 2 zurückgestellt. Mit der Umstellung auf die Winterzeit bleiben die Uhren in der Nacht sozusagen eine Stunde stehen. Dies passiert nicht, weil es draussen so kalt ist und die Uhren einfrieren, sondern weil man Anfang des 20. Jahrhunderts dies so eingeführt hat. Der ursprüngliche Gedanke dieser Zeitumstellung war, dass man teures, künstliches Licht einsparen wollte. Diese Zeitumstellung machen wir immer am letzten Sonntag im Oktober. Habt ihr das Video im Frühling mit der Eselsbrücke gesehen? Im Frühling stelle ich die Gartenstühle vor das Haus gestellt habe. Im Frühling stelle ich die Stühle vor das Haus. Somit stelle ich die Uhr vor. Diese Stühle müssen über den Winter wieder in das Haus zurück. Und jetzt wünsche ich euch viel, viel Spass mit der geschenkten Stunde. Tschüss! 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 Tschüss!